Herzlich willkommen zu einem Interview bei der Aktionär TV. Wir blicken jetzt auf die wichtigsten Themen an den Märkten und dazu begrüße ich Volker Hellmeier von Solvecon Invest. Ja, Herr Hellmeier, der DAX hat bisher unterschiedliche Wochen in diesem Jahr hinter sich. Nach dem Sprung über die 14.000 Punkte ging es in der vergangenen Woche nach unten. Was für ein Börsenjahr erwarten Sie 2021? Ich erwarte ein volatiles Börsenjahr, aber insgesamt ein positives Börsenjahr. Warum? Wir werden im Jahresverlauf sehen, insbesondere nach dem ersten Quartal, dass eben diese Lockdowns, die uns immer wieder einbremsen in der ökonomischen Entwicklung, perspektivisch im Jahresverlauf rückläufig sein werden, insbesondere dann im zweiten Halbjahr. Und dann treten Wirkkräfte in der Ökonomie ein mit Aufhol-Effekten aus 2020, Grundrauschen der Weltwirtschaft und zusätzlich der Konjunkturprogramme. Jetzt wird ja gerade wieder ein neues in den USA aller Voraussicht nach aufgelegt, wenn sich ja Biden da durchsetzen kann im Parlament. Und diese Wirkkräfte zusammen führen am Ende dazu, dass die globale Wirtschaft in Richtung des Potenzialwachstums, also des maximalen Wachstums laufen wird. Und es ist nicht eine Frage des Ob. Da diskutieren wir über Wochen oder ein, zwei, drei Monate. Das ist das, was quantitativ zumindest auf der Agenda steht. Jetzt haben Sie das Thema Lockdown ja schon angesprochen. In Deutschland wollen die Politiker mögliche Verschärfungen besprechen. Auch in anderen Ländern gibt es entsprechende Maßnahmen. Wie schätzen Sie denn die Auswirkungen auf die Wirtschaft ein? Ich gehe davon aus, dass man smart mit diesen Lockdowns umgehen wird, dass der produzierende Sektor weitestgehend davon befreit bleibt, dass also wenn nur Teile des Dienstleistungssektors hier wirklich davon betroffen sind. Das ist bedauerlich. Aber es geht eben darum, dass nicht die Situation uns kontrolliert, sondern dass wir die Situation um Covid kontrollieren können und das eben perspektivisch mit den Impfstoffen bedeutet, dass es ein temporäres Problem ist und es ist temporärer als in den gesamten zwölf, 15 Monaten zuvor absehbar war. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, warum die Märkte uns hier auch nicht vollständig entgleiten sollten, weil die Wirtschaft wird uns auch nicht vollständig entgleiten. Am Donnerstag äußert sich ja dann auch nochmal die EZB zu ihrer Geldpolitik. Gibt es dann nochmal neue Maßnahmen und damit auch neue Impulse für die Märkte? Nein, das erwarte ich nicht. Ich erwarte eine ruhige Hand seitens der EZB und überhaupt jetzt auch der Zentralbanken. Wir haben massiv gelockert. Es wird massiv stimuliert und auch die Federal Reserve hat gesagt, Politik der ruhigen Hand, also das Thema Zinsversteifung USA, das ja in der letzten Woche auch gespielt worden ist, hat ein Stück weit auch Zähne vor diesem Hintergrund verloren. Es bleibt bei einer Zentralbankpolitik der großen westlichen Zentralbanken, die üppig ausfällt, die nicht geeignet ist, zu Marktverwerfungen nachhaltiger Form zu führen. Und man hat, das möchte ich hier betonen, man hat ja gerade dadurch, dass man ja sagt, gut, es kann Verwerfungen an der Inflationsfront geben, kurzfristige Natur. Und man wird darauf definitiv nicht reagieren, weil man eben jetzt mit Durchschnittswerten arbeitet. Ich will das nicht qualitativ bewerten. Ich will das einfach nur feststellen, dass das eben nichts anderes aussagt, als dass die Zentralbankpolitik länger, als es unter normalen Bedingungen möglich wäre, hier sehr, sehr üppig und großzügig ausfällt und damit für die Wirtschaft und auch für die Bewertung an den Finanzmärkten in meinen Augen kein nachhaltiges Problem darstellen wird. Dann schauen wir mal in den USA. Dort wird Joe Biden in dieser Woche als Präsident vereidigt. Biden hat bereits angekündigt, diverse Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump rückgängig machen zu wollen. Was erwarten Sie sich von Biden? Ich erwarte mir von Biden, dass er zurückkehrt in eine, in die multilaterale Wirtschaftsordnung. Nicht wie es vor Trump war, aber eben diese Form der Eskalation, der Infragestellung des gesamten Organigramms, das die globale Wirtschaft trägt, das wird nicht mehr gegeben sein. Aber man wird Machtposition der USA weiter versuchen, aufrechtzuerhalten. Das, was im Moment von Präsident, noch Präsident Trump kommt, nämlich die Eskalation gegenüber Huawei, nochmal gegenüber China, das wird in meinen Augen in der Form nicht so fortgesetzt werden, weil allen Beteiligten bewusst ist, dass am Ende das Ganze auch den USA schadet. Wir haben letzte Woche eine Studie gesehen, wo eben bedingt durch diese Politik im Bereich der Handelspolitik, insbesondere durch Trump, in den USA 245.000 Jobs verloren wurden. Das heißt, es gibt bei einer solchen disruptiven Politik keine Gewinner und das weiß das Team um Biden sehr genau. Das heißt Normalisierung und diese Normalisierung der Beziehungen zum Rest der Welt, die nicht Infragestellung des globalen Organigramms, so wie wir es gesehen haben, erhöht übrigens dann auch nochmal perspektivisch das Wachstumspotenzial, weil damit Zuversicht einkehrt und Investitionstätigkeit am Ende, die notwendig ist, um unser Kapitalstück auch attraktiv zu halten in der westlichen Welt und in der globalen Wirtschaft, das wird dadurch eben positiv beeinflusst. Wie sehen Sie denn aktuell die Lage der US-Wirtschaft? Ich teile die Meinung von Goldman Sachs, die jetzt gerade die Wachstumsprognose hochgesetzt haben von 6,4 Prozent für das laufende Jahr auf 6,6 Prozent, ohne jetzt quantitativ genau zu folgen. Aber Fakt ist, es wird ein starkes Jahr in den USA werden. Es wird auch besser sein als in der Eurozone. Aber warum ist es besser? Weil es wie in keinem anderen westlichen Land gekauftes Wachstum ist. Ich möchte noch mal daran erinnern, im letzten Jahr 2020 ist unsere Prognose, dass die Neuverschuldung der Eurozone unter 10 Prozent der Wirtschaftsleistung lag. In den USA waren es 21,5 Prozent. Und auch dieses Jahr mit dem Programm wird die Neuverschuldung sehr viel höher ausfallen. Das heißt, wir haben einmal den quantitativen Vergleich, der fällt zugunsten der USA aus. Aber der qualitative Vergleich, also was muss ich an Staatshaushalt reinpushen, damit ich diese Zahl am Ende produziere, da wird die Eurozone viel besser abschneiden, weil die Endogenen, also die aus der Wirtschaft selbst stammenden Kräfte heraus, hier bei uns sehr viel ausgeprägt. Das ist auch dank der Reformpolitik in den letzten Jahren im Rahmen dann als Folge der Euro-Defizit-Krise. In den USA hat jetzt auch die Bilanzsaison begonnen. Die ersten Banken haben ihre Ergebnisse vorgelegt. Wie ist denn Ihr erster Eindruck von den bisherigen Zahlen? Also wir sehen insbesondere, das war bei Wells Fargo und vor allen Dingen aber bei JP Morgan waren es sehr positive Daten, bei Citi war es verhalten, aber der Ausblick stimmte. Fakt ist, dass diese Ergebnisse auch damit zusammenhängen, dass Risikovorsorge runtergefahren worden ist. Insgesamt geht der Daumen hoch. Wir können ja ohnehin feststellen, dass wenn wir mal die Prognosen aus dem Frühjahr letzten Jahres nehmen, wo alles nach unten aggressiv angepasst worden ist, dass das Gesamtjahr eigentlich sehr viel besser ausgefallen ist, als es im Frühjahr unterstellt worden ist. Und das sehen wir schlussendlich auch in den Wirtschaftsdaten und den Unternehmensdaten jetzt auf Mikroebene in den USA. Und das sehe ich auch für den Rest der Welt grundsätzlich so. In der nächsten Woche legen dann auch die großen Tech-Unternehmen wie Microsoft oder Apple Zahlen vor. Welche Branchen sollten Anleger denn auf dem Schirm haben? Welche Branchen sollten sie meiden? Ich bleibe dabei, dass wir im Bereich von Tech, im Bereich IT eine profunde weitere Entwicklung sehen werden. Wir brauchen auch mal technische Korrekturen, ebenso wie wir es jetzt mal am Aktienmarkt sehen, nach einem starken Start zu Jahresbeginn. Diese Branche wird durch die Krise, die wir gesehen haben, weiter forciert werden. In einer Form, wie wir das vor zwölf Monaten hätten uns nicht vorstellen können. Das ist der eine Punkt. Die zweite Branche, die für mich interessant bleibt, die aber auch schon gut gelaufen ist, die auch mal korrigieren kann, aber in Schwäche bitte dann akkumulieren, ist die gesamte grüne Technologie. Fakt ist, dass die globale Wirtschaft homogen durch die Politik veranlasst, jetzt Programme auflegt, die eben insbesondere diesem Sektor zugutekommen werden. Und der dritte Sektor, der für mich interessant ist, ist der der zyklischen Werte. Die gesamten Programme werden dazu führen, dass wir im Anlagebau, Maschinenbau, also in den Old Economies, Chemie erhöhte Nachfrage sehen, weil wir müssen diese Projekte ja umsetzen und die müssen produziert werden. Und es gibt einen Gedanken dabei, der für mich ganz, ganz wichtig ist. Die bedingt erst durch Donald Trumps Handelspolitik, ist der globale, insbesondere in der westlichen Welt, der globale Investitionsgüterzyklus von 17 bis 19 unterproportional ausgefallen. Aber Maschinen nutzen sich ab. Und 2020 mit Covid ist er förmlich eingebrochen. Und wenn wir jetzt sehen, welche Programme auf uns zukommen, wo produziert werden muss, dann wissen wir eins, der Investitionsgüterzyklus wird stärker anspringen. Er wird ein Wachstumstreiber sein. Da kann man auch die Krise 2008, 2009 als Steilvorlage sehen und sich das mal anschauen, was da denn in der Industrieproduktion bei zyklischen Werten passierte. Also die Zykliker sind für mich die, die vielleicht das sicherste Potenzial haben, vor dem Hintergrund, dass eben hier im Vorwege keine höhere Bewertung stattgefunden hat, sondern im Gegenteil Abverkäufe. Auch dort sieht man, dass es schon läuft, wenn wir BASF mal sehen in den letzten Monaten, dann ist das ganz, nur mal als Beispiel, ist das, da haben die schon ganz gut performt. Aber hier sehe ich wirklich in dem Sektor weiteres Potenzial. Das heißt, die Old Economy ist besser als ihr Ruf, wenn wir mal nach vorne schauen. Dann schauen wir zum Schluss nochmal auf den Bitcoin. Der hat gleich zu Beginn des Jahres ja eine imposante Rallye hingelegt. Wie interessant sind denn Kryptowährungen wie der Bitcoin als Anlagealternative? Sie werden interessant bleiben. Aber was wir feststellen, ist eben, dass diese Märkte keine gute Markttiefe haben. Und dadurch haben wir dramatische Volatilitäten. Also an einem Tag geht es zehn Prozent hoch, am nächsten geht es acht runter. Und für Investoren ist es so, dass es für mich erstmal keine Währungen sind, sondern es sind Kryptoanlagen. Sie haben nicht die Qualitätsmerkmale einer Währung, auch nicht den rechtlichen Hintergrund einer Währung. Ergo, als eine Alternativanlage bezüglich der Verschuldungsproblematik, die wir in westlichen Ländern haben, ist das durchaus sinnstiftend. Aber man muss in der Lage sein, eine Vollabschreibung, also was kann auch verboten werden, zu ertragen und die Volatilität zu ertragen. Es ist für mich also eine Form der Beimischung, die übrigens nicht die Qualitätsmerkmale der Edelmetalle als Währung ohne Fehl und Tadel erreichen kann. Sagt Volker Hellmeyer von Solveco & Invest. Vielen Dank. Gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zusehen und bis zum nächsten Mal.